Ah, ich mach's doch immer wieder falsch. Au! Nein, ich wollte eigentlich SIE treffen damit! Ja, jetzt geht sie in die andere Welt. Das ist jetzt meine Welt! Alter! Genau, genau, genau rein! Ja! Ich werde bleiben! Au! Das Ding macht ein Damage! Ich kann da nicht drunter durchrutschen, ich kann da gar nichts machen! Ich hab sie nicht mal halb runter! Und da kann ich auch nicht schlagen! Komm, geh schon drauf! Unmöglich! Da kommt man echt nicht vorbei! Nö! Das war's! Schaff ich nicht! Die ist einfach zu hardcore! Definitiv! Die ist zu hart! Zu schwer! Okay! So! Gucken wir mal! Was haben wir denn sonst noch auf der Karte? An Gebieten, die wir noch nicht entdeckt haben! Da komme ich nicht weiter! Da! Echt? Da kommt man auch nur wieder raus aus dem Gebiet! Boah! Hier ist echt viel! Da kommt man auch nicht durch! Wegen diesem komischen Leuchte-Ding! Da komme ich nicht durch! Weil warum auch immer! Habe ich nicht markiert! Keine Ahnung, was das hier ist! Ja! Finde eine neue Zeitkraft! Ich teleportiere mich einfach mal dahin! Ähm! Nee! Äh! Da war das! Genau! Ich weiß nicht! Wie versprochen! Okay! Also einmal komplett rum und dann dahin! Aber was auch immer da war! Keine Ahnung! Puh! Jetzt ist es mir echt warm! Puh! Ah! Ich sag mal! Dieser Boss ist echt hart! Weil der hat so tausend verschiedene Moves! Wirklich! Eine Milliarde Moves! Oh! Leck mich, du blöder Penner! Ich hab keinen Bock auf dich! Oh nein! Dieses Arschloch! Sperr! Ah! Hat der eben gezwitschert? Ah! Die hab ich ja gar nicht vermisst. Ah. So. Da hatte ich was gefunden. Da ging's nicht weiter. Da längs. Ach nö, du Nerv Kasper. Auf den Kasper hab ich ja echt keinen Bock gerade. Kein Bock. Kein Bock auf euch. So. Nicht einmal mein Licht scheint über den Ort seines Ursprungs hinaus. Pass auf dich auf, Sargon. Ja, aber du musst mir sowieso nochmal helfen. Ich bringe dir Licht, wie versprochen. Ja. Weil ich keine Ahnung hab, warum ich hier nicht weiterkam. Das ist wieder so eine Double-Jump-Sache. So eine Double-Jump-Sache. Okay, Double-Jump. Boah, da geh ich aber nicht zurück. Was haben wir denn sonst noch nicht? Also, äh. Hier ist ein Foto. Ja, da ist wieder so eine Tür. Der Level ist echt dicht. Also dicht, was, äh, Aufbau angeht. Okay, hier ist auch ein Fragezeichen. Und hier oben bin ich irgendwie nicht weitergegangen, oder was? Da ist ein Teleporter. Tempel des Wissens. Schnellreise. Ah, da war ja auch die Kombination irgendwo. Ich glaub, das war hier. In dem Raum. Oh, dann würde ich mal sagen, ich kriege da nochmal hin. So, hier war jetzt nix. Können wir hier also zurück. So. Ich würde sagen, äh, lang mache ich auch nicht mehr. Bleibt mir weg, ihr dämlichen Aliens. Oh, Summer. Ach, da muss ich rauf. Ah, lass das. Nein. Okay, wo ging's hier eigentlich hin? Ah, okay. Ja, irgendwie merkwürdig. Wie soll man denn da durchkommen? Weil wenn ich jetzt hier einen manifestiere, dann bringt das ja nix. Der fällt ja auch runter. Wenn ich mich hier manifestiere und da hinspringe. Ah. Okay. Gut. So kommt man drunter durch. Ah, von dieser Seite genau wie auf der anderen Seite. Hä? Hä? Aber, aber, äh. Hä? Hier war ich doch schon. Warum hab ich das denn als... Äh, hä? 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 Warum hab ich das denn so markiert, wenn man da doch trotzdem durchkommt? Nein. Warum auch immer ich das so markiert hab? Keine Ahnung. Hier erinnern mich so ein bisschen an die Türen bei Metroid. Jep, hier musste ich durch. Also nicht, dass es bei Metroid irgendwelche komischen Schmoddertüren gab, die, äh, die nach dir gegriffen haben, aber die nach dir gespuckt haben, eher gesagt. So, Teleport. Äh, nein. Heiliges Archiv? Da oben. Da waren wir noch nicht. Ja. Pass auf dich auf, Sargon. Ja. Also, Fragezeichen. Warum ist da ein Fragezeichen? Tempel des Wissens. Ah. Weil das hier ist ja quasi über dem Bereich, wo ich vorher nicht hinkam. Das hatte ich ja beim letzten, oder vorletzten Mal entdeckt. So, Viertelstunde mach ich noch. Dann ist hier Pause. Oh, da kam ich nicht rauf wegen diesen Dingern. Und wegen den Stacheln. Yes, Mist. Hallo? Achso. Okay, aber da war ich doch schon. Warum habe ich das denn mit Fragezeichen markiert? Äh. Nicht jetzt. Ah, okay. Ja, die Steintafel. Da müsste ich einmal da längs. Oder? War das hier? Oder war das hier? Ah, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ups. Warum man überhaupt da umschalten soll, ist die Frage. Das ist doch eh das gleiche. Äh. Du schon wieder. Nein. Rutsch. Die doch durch. Ah. Ah ja, in den Raum, den ich nicht mochte. Hier oben an das Portal kam ich nicht ran. Deswegen der Schlüssel. Aber wo war das... Wo war der Raum, in den ich nicht reinkam? Warum habe ich mir kein Foto gemacht? War der wirklich hier unten? Nein, hier unten war der nicht. Der war nicht da. Der war hier oben irgendwo. War das der? Da kam er nicht weiter. Der Raum muss das gewesen sein. Toll. Bin voll vorbeigelaufen. Ach, Menno. Bin manchmal ein bisschen doof. Aber hey. Äh. Darf ich den Quatsch hier schon wieder machen? Nein. Knapp vorbei. Ah, knapp. So. So. Wie, sind die weg? Wo sind die hin? Hm? Okay. Ich hab die doch gar nicht versiegt. Ah, wie die muss ich. Ich hab die doch gar nicht versiegt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020